Bavaro Fan, die besten News vom FC Bayern gibt es hier jeden Tag, ganz top, einfach, easy. Sei abonniert und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Was führte zum Wechsel von Joao Felix zum FC Bayern? Sehen Sie bis zum Ende, um zu sehen, was entschieden wurde. Der FC Bayern hat im letzten Transferfenster Interesse an Joao Felix von Atletico Madrid bekundet. Offenbar steht portugiesisch noch auf der Münchner Liste. Der FC Bayern hätte Konkurrenz wie Sport1 vor einigen Wochen berichtete, hätten sich die Verantwortlichen des FC Bayern bereits im Juni bei Atletico Madrid gemeldet. Der deutsche Rekordmeister fragte offenbar, ob ein Transfer von Joao Felix möglich sei. Atletico de Madrid wird immer wieder über den Abgang von Joao Felix gesehen. Und nun berichtet die spanische Sportzeitung AS, dass mehrere Top-Klubs Interesse an dem 22-jährigen Stürmer bekundet haben. Es geht also konkret um Paris Saint-Germain und den FC Bayern. Und ein Premier League-Klub hätte nach dem portugiesischen Nationalspieler gefragt. Laut AS könnte dies Manchester United sein. Atletico-Sportdirektor Andrea Bertha sagte, er habe dem FC Bayern klar gemacht, dass man den Offensivspieler nicht gehen lassen wolle, auch nicht für 80 Millionen Euro. Ob das noch so wäre, bleibt spekulativ. Die Bayern interessieren sich weiterhin für Joao Felix. Was hältst du von Joao Felix im Kader der Münchner? Kommentar. Wir bringen jederzeit weitere Informationen über Transfers, Kontroversen und mehr. Melden Sie sich an, um nichts zu verpassen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.